Und jetzt kommen wir zu einem Künstler, der stärkt unser Selbstbewusstsein. Wir sollen nicht aufhören, weiter an uns zu glauben, trotz aller Widerstände. Das kommt ungefähr so in seinem neuen Lied vor. Also hören wir ihm gerne zu. Herzlich willkommen, Joy Heindle. Sekunden knistern, die Luft vibriert. Die Hände zittern, würde es funktionieren. Die Seele bebt für den Augenblick. Weil jeder Herzschlag hier zu Hause ist. Sie haben gesagt, es ist zu groß für dich. Weil du nur einer von Millionen bist. Du stehst verloren und man versteht dich nicht. Weil du für oben viel zu weit unten bist. Das Leben zieht ne Fresse, doch es könnte nicht schöner sein. Ich bin nicht allein. Wir hören nicht auf, weiter an uns zu glauben. Wir hören nicht auf, gegen Stürme zu laufen. Und auch wenn wir fahren, fangen wir uns wieder auf. Wir sind für uns da. Und es hört niemals auf. 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 Das Leben zieht ne Fresse, doch es könnte nicht schöner sein. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Wir hören nicht auf, weiter an uns zu glauben. Wir hören nicht auf, gegen Stürme zu laufen. Und auch wenn wir fahren, fangen wir uns wieder auf. Und es hört niemals 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 auf. Wir hören nicht auf.